... ... Baseltin, da haben... ... Frösche? Soll das Frösche sein? Ja, ne? ... Kommt doch bestimmt gleich zurück. Schade, ich kann nicht in den nächsten Raum gucken. Komm zurück. Mach die Tür weit auf, damit ich da durch kann. Ne, ich glaub, die kommen nicht wieder, oder? Die können auch jetzt hier durch. Schauen wir, schönes Mal. Schauen wir mal. Ja, ob das jetzt so richtig ist, was ich hier mache. Pfff. Nope. Hahaha. Aber hey, es hätte klappen können. Ne, ich glaub, ich muss hier vorne rum. Hm, lecker Fuß. Die Tür ist zu. Ey, ey. Schreckschraube. Giraffen, Hardqueen. Kannst du mal die Tür aufmachen, bitte? Hm? Es geht mit der... Jetzt theoretisch kann ich an die Tür, oder? Wie lange bleibst du da? Bleibst du da ein Weitchen? Okay. Okay, jetzt geht's ja immer da und dann da. Okay. I'm ready. Ah, ich muss da oben irgendwie durch. Ah, wie komme ich? Da oben drauf. Ich meine, ich sehe da ein Bücherding. Da wollte ich eigentlich gerade drauf, aber... Das hat nicht so funktioniert. Wenn ich jetzt hier wieder... ...trigger ich die, ne? Ja, ja, ich habe die studiert. Omi. Ich komme da nicht drauf. Ich weiß nicht, was ich meine. Da dieses Bücherregal... Bücherregal, aber schon Bücherhofen da. Ja. Vielleicht muss ich doch von weiter hier vorne. Heute ist mein Fertig. 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 Dabei dachte ich. Da würde ich jetzt angreifen. Dabei hat er.. so eine scheiß Kremasse gemacht, der Vogel, ey. LOL! Okay. Könnte ich nicht Maschinengewehr kriegen oder so? Oder was leichtere, was für meine Größe entsprechen? Oh, und ich fall schon wieder drauf. Goddammit, ich bin so dumm. Auf das Gleiche, wo ich gerade reingefallen bin, fall ich aber... Ich bin halt blond, I'm sorry. Damit, damit ist es offiziell. Blonde Menschen sind nicht der Intelligentesten. So. A bit of concentration. Ich stand hier vor so ein paar halbsterken Porzellanpüppchen im Pferd. Wir haben immerhin Manfred. So. Es tut mir leid. Ich bin da wirklich... Ich hab da echt... Ich bin da, glaube ich, chronisch behindert für. Meine drei Watt Birne will da, glaube ich, noch ganz so. So. Die zwei habe ich fast smart drauf, ne? So, jetzt hier der Typ aus der Box. Nicht verarschen lassen. Er macht noch einmal hier einen auf den hier. Was? Ich hab ihn noch getroffen! Ich hab ihn getroffen! Und er ist dann ein Stück nach hinten geglitscht. Direkt Bug Report. Nein. Ich warte jetzt, bis er mich angreift. Ich bin ein lernfähiger Mensch. Manchmal. Ich bin ein lernfähiger Mensch. Ich bin ein Wad-Wad-Wad-Widges. Ich bin ein lernfähiger Mensch. Naja. Oh, nee. Du kannst nicht so schön sein. Hier ist es in der Mitte. Ich bin ein lernfähiger Mensch. Und er ist in der Mitte. Das ist das gleiche wie in diesem scheiß Raum. So. 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 Ja, wir müssen schon wissen, wo der Bubbo ist, hä? Oh, danke für das Spiel. Immerhin hast du mir hier einen Checkpoint gegeben. Oh, dammit! Du Dreckseimer! Warte, den Hammer brauche ich safe, glaube ich, noch. Sonst würde der nicht mit mir hier spawnen, glaube ich. Ich und mein Hammer. Denn alles ist so... Ist das ein Manfred? Ey, lass Manfred runter! Ja, genau. Und jetzt kann er über drei Kilometer wie Spider-Man jumpen oder was? Oh Gott! Ähm... Halt dich... Tut... Tut mir leid! Ey, geht's dir gut, Buddy? Ey! Oh, er lebt noch. Oh, ich glaube, das ist eine See, oder? Oder... So, von der Gesichtskontur. Oh, komm. Lass uns hier... Lass uns verpissen. Hm. Oh! Oh! Ich nehm' alle mein Äntchen... marvel... marvel... Ich bin sorry. Ey, damit kann ich auftreten, oder? Ah, da. Ich seh was. Kannst du das Ding drehen? Ah, Manfred, dreh mal. Dreh mal, da kann ich hier hoch. Boah, alles selber machen, ja. Nee, wir wollen damit ein Loch in den Boden machen, wahrscheinlich, oder? Rutscht dann die Klavier. Dankeschön, Dankeschön. Das nenne ich. Aber wie nennen wir das Stück? Was ist das da für ein Vieh vor der Tür? Das nennen, doch, ich hab perfekten Namen, das nennen wir die Krawallaffen. Schürzchen, du hast einen Schlüssel, den können wir gebrauchen. Oh, Manfred, das ist smart von dir. Ist super, jetzt komm ich aber nicht durch das Loch wieder zurück. Ist das nicht Frau Fred? Manfred? Hallöchen Bamboo. Wie geht's dir, Buddy? Nee, ich hab eher sie, ich bin mir unschuldig, obwohl ich glaube, das ist eher eine sie, hab ich Manfred getauft. Manfred haben wir jetzt gerade gerettet. Ja, Mannfred und Frau Fred. Achso, die alte. Ja, nee, die, äh, die ist schon, die ist schon Geschichte. Aber wie geht's dir, Buddy? Boah, was geht mit Manfred? Ey, Buddy, alles gut? Wo ist denn die Killermaschine hier? Ja, ja, ich hab halt meinen Hammer, ne? War soweit ganz gut. Kann mich nicht beschweren. Kann mich nicht beschweren. Ja, Manns. Ich weiß nicht, wie es schon ein, wie es Gonefirma ist. Ja, Manns. Ja, Manns. Amen, Manns. Ja, Manns. Ja, Manns. Ja, Manns. Ja, Manns. Ja, Manns. Oh! Oh! Kurz ausgehoben, 5 Stunden, fühle ich. Ich mache mal gerade 2 Stunden Power-Napping, ne noch besser 10 Minuten. Ah. Erstmal Buddy erschlagen. Oh fast, ne? Kennst du Little Nightmares? Oh, die Alte hat tatsächlich Talent. Die Streckschraube. Die Streckschraube. Die Streckschraube. Der Stand ist besser woanders. Da war dort. Kannst du alles damit sprechen? Musik Auf jeden Fall nenne ich die Giraffenheartqueen Ich muss mir noch den Dinger da holen Musik 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 Alter, geh mit der jetzt! Geh weg, du hast Mundgeruch! Gerade geh weg! Boah, Alter, wie lang ist hier? Heiß! Was geht mit der Alten? Ja, quetsch, quetsch dich da mal wieder zurück. Oh, goddammit. Komm ich auch irgendwie wieder raus? So!